Hey! Hey, na also! Oh, hallo! Hallo, Schatz! Hallo! Oh mein Gott, ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Hallo! Ja, hier bin ich. Und wer ist das? Das ist der Mann aus... von Equinox. Okay. Ja. Gut, setzen wir uns. Freut mich. Setzen wir uns. Na los, in Ordnung. Komm, setzen wir uns. Hi Teddy! Hey, Anne! Wer ist der Typ Santoro? Sieht er aus wie Colonel Marie? Nein, Ma'am. Vielleicht der Mann aus Toronto. Das ist unsere Chance. Kriegen wir eine bessere Auflösung? Leider nein, Ma'am. Ich brauche einen anderen Blickwinkel. Ich wollte diese ganze Fünfter Rad am Wagendynamik vermeiden und habe Ihnen ein Date organisiert. Keine Sorge, kein Date im herkömmlichen Sinn. Anne ist meine beste Freundin vom College. Könnte es aber sein, ist er groß, düster und angsteinflößt. Nein. Nein. Nein könnte es nicht. Ganz entspannt. Keine Panik. Das ist seine Art jetzt zu sagen, dass er vergeben ist. Er hat eine Lady, sie heißt Deborah. Alles klar. Eigentlich ist Deborah ein 69er Dodge Charger 440 RT. Wie? Was sagst du? Deborah hat ein Auto? Der 440 RT ist nicht irgendein Auto mit dem Achtzylinder. Big Block und Wahnsinnsdrehmoment. Das Ding ist ne Waffe. Das Ding ist ne Waffe. Das Ding ist ne Waffe. Das Ding ist ne Waffe heute. Das Ding ist ne Waffe.